Dieses eine Ding wird alles ändern. Leute, herzlich willkommen. Es ist Tag 72, einen wunderschönen Donnerstag. Bei uns steht ein langes Wochenende bevor. Morgen Nationalfeiertag hier in Singapur. Und ich habe mir jetzt heute gedacht, es ist vielleicht ein gutes Thema, so ein bisschen Mindset-Thema. Auch vielleicht ein bisschen nach gestern. Ich habe das letzte Woche in der Firma gemerkt. Am Freitag hatten wir so ein All-Hands. Auch diese Woche merke ich das so ein bisschen. Dass man oft so, wenn es vielleicht mal nicht so gut läuft, oder dass man irgendwie so denkt, oh Gott, jetzt, keine Ahnung, dieses letzte Drittel noch, letzten Monat, wird es was, funktioniert es alles noch. Die Leute glauben oft, dass es 5000 Dinge braucht, um irgendwie die Sachen wieder zu fixen. Aber das überhaupt nicht. Es braucht meistens eine einzige Sache. Das kann die richtige Person sein, die man einstellt. Das kann die eine geile Idee sein. Das kann irgendwie die eine richtige Entscheidung sein. Denn das sind Dinge, die alles fundamental verändern. Und jetzt kommt der Knackpunkt. Das ist nicht etwas, was irgendwie so dieser Magic Pill ist. Das ist nicht irgendwie so das total überraschende, riesengroße Wunderwerkzeug. Sondern es ist in den meisten Fällen ein Resultat von vielen langweiligen, repetitiven Dingen. Wenn wir jetzt kurz aus dem Business rauszoomen, gute Zähne ist nicht irgendwie, weil das jetzt irgendwie magisch irgendwas ist. Kannst du natürlich eine OP machen. Aber in den meisten Fällen ist es einfach, weil du zwei, dreimal am Tag gut Zähne putzt. Weil du einen guten Körper hast, hängt nicht davon ab, weil du jetzt irgendwie diese, keine Ahnung, Wunderwutzi-Ding hast. Sondern gute Ernährung und regelmäßig Sport. Und nicht jetzt irgendwie die perfekten Sachen, sondern regelmäßig, repetitiv, langweilig. Erfolgreiche Investoren haben selten irgendwie die Wunderwutzi-Sachen, sondern die sind eigentlich langweilig. Jedes Jahr 10 bis 20 Prozent. Die haben nicht die 200 Prozent, minus 50 Prozent. 10 bis 20 Prozent. Zins ist Zins, Zins ist Zins, Zins ist Zins, Zins ist Zins. Und das ist genau das, was ich dir heutzutage geben will. Die richtige Person findet man, indem du viele Hiring-Gespräche machst. Und irgendwann findest du die richtige. Die richtige Idee hast du, indem du hunderte Ideen an die Wand schmeißt. Sachen, die wir in den letzten Videos immer wieder besprochen haben. Bis dann die richtige Idee klimmelt. Die richtige Entscheidung kommt, indem du regelmäßige Entscheidungen triffst. Dich traust, reflektierst. Immer besser wirst, besser wirst. Und wenn einmal kommt, genau die richtige Entscheidung. Und das ist genau das. Ich weiß nicht, in was du gerade im Leben steckst. Vielleicht ist es auch Business. Vielleicht ist es irgendwas im Privaten. Vielleicht ist es Gesundheit. Ganz egal. Es sind nicht 5000 Dinge, die du gleichzeitig brauchst. Sondern meistens brauchst du nur eine Sache. Und auf diese Dinge musst du dich dann fokussieren. Du musst schauen, dass du diese Sache löst. Und dann kommen die Resultate von alleine. Und genau das ist das, was es dir heute geben will. So ein bisschen Energie, ein bisschen Motivation. Damit du einfach weißt, das Licht ist da. Du musst da hin. Und es ist kein entgegenkommender Zug, sondern das Licht am Ende des Tunnels. Und da darf man einfach nicht aufgeben. Bei uns heißt es eben, diese letzten drei Wochen Vollgas zu geben. Richtig stark zu sein. Und das werden wir auch machen. Mit dem, ich wünsche einen schönen Donnerstag. Schönen Tag 72. Wir sehen uns morgen. Mach's gut. Bye, Julian. Tschüss.